So, wir haben jetzt wohl vielleicht ein gutes Team gegen uns. Mal sehen, wie wir uns schlagen. Lass uns noch einen Schluck trinken. Ah, 4 Uhr heiß oder so, ey. Krass. Ich bin sicher, dass es 4 Uhr heiß sind. Also, ich habe jetzt schon 3 gesehen, die kein Uhr heiß sind. Oh, ist das lauer ein Fehl-Alarm, ey. Voll der Snoop-Team. Alter, und ich mache mir schon Sorgen. Ja, jetzt kann das auch ruhig passieren. Das ist nicht so schlimm. Danke für den Retz. Hoch. 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 Okay. Ach, kann Moriorei letztlich einfach so abschießen, hat schon keine Lust mehr Ja, man kann ja nicht Rage quitten Nice So, ich versorge euch mal wieder mit einem Video Ich bin immer noch hier in diesem Team Mit Recher der Magie und Xen und so Nuramon Und Onyx, Onyx ist toll Onyx macht auch Videos, glaube ich Ja doch, der war das doch, ne, mit Hier, Forti-Windstrick-Dang-Arena Ah Egal, ich lasse ihn liegen, ich brauche ihn nicht Also Nightry of Fear ist kein mir bekannter Spieler Also retze ich ihn mal nicht Ich retze nur Pros, grundsätzlich Ich bin immer noch kein Willkommen Ich bin immer noch nicht Ja, es ist zu einfach. Ja, scheiße. Das war nicht gut, da hätte ich irgendwie einen Schritt zur Seite machen sollen noch. Acht Siege schon. Weiter geht's. Der zehnte Sieg. Gerade fast ein Flawless geschafft, aber leider noch nicht. Ha, don't record me, I don't want to. Tja, den Gefallen werde ich dir nicht tun. Oh, scheiß Skype nervt, ey. Ich muss es gleich erstmal ausmachen. Oh, es ist einfach. Ach. Oh, es ist einfach. Ha, 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 alter. Ist das geil. Kaiserliche hat mich enttäuscht. Oh, es ist einfach. Oh, es ist einfach. Ich renne da jetzt voll rein, ey. Oh, man. So, willkommen zurück zu einem weiteren Kampf in der Drachenarena. Okay, na. Es ist mittlerweile wieder ein bisschen Zeit verstrichen, aber was soll's. Das Event geht ja noch bis Dienstag. Heute ist Donnerstag. Also, faktisch noch mehr als das ganze Wochenende, als es sonst immer ist, irgendwie. Und ja, es sind krasse Spiele, weil einfach eh immer nur noch hier die Pros drin sind. Also mindestens die Elfe des Teams ist erfahren, Pro, was auch immer. Also alles nie mehr ganz so einfach wie vielleicht früher mal, als sie noch viele Noobs gespielt haben. Wir spielen wirklich nur noch die, die richtig Spaß an Drachenarena haben. Wo sind der Rest des Teams? Ach, da hinten sind die. Boah, schreibt da jemand in den Chat. Alter. Beruhigen Sie sich. Ist nur ein Spiel. Ah Mist, hätte ich mal geschossen, ey. Oh, gut, dass er nicht auf mich geschossen hat. Sonst wär ich tot gewesen. Also der hinter du das guf, der hier du das geil nachmacht. Ich lebe gefährlich. Yeah. Nein. Safe Machine. No. Wieso bettel ich mich mit dem eigentlich die ganze Zeit rum ey Können wir das mal hier mal erklären Ah, das ist... Nein! Scheiße Aber wir füllen immer hin Was 1 gegen 2 hab ich da verkackt Konnte auch nicht mit so einem krassen Longshot rechnen Irgendwie Hallo Piss dich Mann Hilfe Geht doch Ja, Scheiß, das hätte ich nicht machen sollen Tja, unsere Führung ist deutlich knapper geworden Und hat sich gerade egalisiert Oh Mann Wir sind die Wolken, die Schmerzen umgeheben Ancheinend an die Schmerzen Wer schon Angst und sitzt allein Im Dorte weiß ich will kein Engel sein Doch das bereich ich will kein Engel sein Doch das bereich ich will kein Engel sein Was ist knapp, Alter? Nein, scheiße. GG, good game. Hallo, hier meldet sich APSven89 mit einem weiteren Video zur Drachen Arena. Mal sehen, wie es diesmal wird. Wir sind fünf Pies und einer vom Ball. Aber das gegnerische Team ist auch in sync. Also, dann mal gucken, was draus wird. Ich würde gerne was erzählen, aber ich wüsste nicht, worüber. Außer, dass ich wirklich komischerweise nicht so viel Spaß im Drachen Arena habe, wie an den vorangegangenen Events. Also, ich habe es längst nicht so viel gesuchtet und so, wie sonst immer. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist irgendwie doch am Ende das Gleiche irgendwie. Nicht mehr so spannend irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich spiele trotzdem immer noch. Nein. Scheiße. Ich darf jetzt nicht daran denken, dass ich aufnehme oder so. Ich muss hochkonzentriert spielen. Longshot. Ich muss aufhören. Oh, was? Alter, ich fasse es nicht. Ja, wir sind letztes Spiel erst zusammengekommen. Dürfen wir noch nicht schon verlieren. Ja, die sind natürlich auch ein Sinker, aber. Wir müssen uns eigentlich rocken, irgendwie. Oh, Mist. Da hat sie ihn erwischt. Und wir liegen schon ganz schön zurück. Ach, kacke. Mann, wieso läuft es hier denn nicht? Ich hab's ja auch schon zwei Tote verschuldet, aber. So krass am Fienen bin ich dann auch nicht wie die anderen jetzt gerade. Macht was. Vielleicht sollte ich selber irgendwie was machen, wenn's möglich wäre. Oh, endlich mal. Das hat Ewigkeiten gedauert. Da weicht immer noch aus, ey. Unglaublich. Oh, wieso rettet ihr den da? Toll. Ist es verloren. So, es geht weiter mit einem weiteren Kampf. Mit zufälligen Spielern. Gerade wurde ich wieder geohnt. Was soll jetzt anders werden? Wie war es jetzt? Wie war es denn? 5, 6. Und werde ich mein Leben ab留miniieren. Und irgendwie die mehr verarschen, mehr finden machen Und wenn's möglich ist Wieso wird in dem hier gerätzt? Ich versteh das nicht Nein, als ob Ich bin doch noch davon gekommen eigentlich Hä, das ist doch scheiße Das ist doch richtig scheiße An diesen Gefällen und an diesen engen Brücken Hier vorne rechts und so Das ist richtig scheiße zum Ausweichen Ist einfach kein Platz Bin doch gerade etwas verwirrt Ich laufe eigentlich nach oben Und dann müsste er eigentlich Alter da einschießen, dass ich halt nach oben laufe Aber wenn ich dann wieder nach unten zurücklaufe Wieso? Krieg ich den dann trotzdem ab? Ichてze Ich tehe Ich tehe Alright Und dann Ich helfe Also Ich denke Ich helfe Danke Ja, das bringt ja nichts. Das bringt auch nichts, was ich hier mache. Nein. Unnachtsam. Scheiße, schon drei Tode, Alter. Nein, Ecto! Ja, wir wollten da von der Seite kommen und das war total reinfrei. Alter, ist das knapp. Ach, unentschieden.